Mit JTL WMS verwalten Sie Ihren kompletten Warenfluss sicher, schnell und einfach. Die rollende Kommissionierung eignet sich hervorragend für kleine, handliche Produkte. Sie können nach Ihren Vorgaben mehrere Bestellungen gleichzeitig kommissionieren und versenden. Für diesen Prozess wird ein mobiles Datenerfassungsgerät wie ein MDE, Tablet oder Smartphone benötigt, mit dessen Hilfe der Anwender Schritt für Schritt durch den Kommissionierprozess geführt wird. Es wird ein Kommissionierwagen mit mehreren Boxen verwendet. In jede Box wird genau ein Auftrag kommissioniert. Mit dem Scan des Kommissionierwagens erstellt JTL WMS eine wegoptimierte Pickliste für maximal so viele Aufträge, wie Boxen vorhanden sind. Diese Picklisten lassen sich anhand von Vorlagen im Voraus individuell konfigurieren. JTL WMS weiß, an welchem Platz welcher Artikel liegt. Die Regale und Fächer sind dementsprechend bezeichnet. Der Artikel muss einmal gescannt und dann in die zugehörige Box gelegt werden. Durch die Artikelscannung ist sichergestellt, dass Ihre Kunden keine falschen Artikel erhalten. JTL WMS hat den optimalen Weg zu allen auf der Pickliste vorkommenden Lagerplätzen ermittelt. Nachdem die Pickliste abgearbeitet wurde, kann mit dem Verpacken begonnen werden. Der Mitarbeiter nimmt eine Box und scannt sie. Er nimmt die Artikel aus der Box und verpackt sie. JTL WMS druckt automatisch die Versanddokumente und das Versandetikett aus und versendet eine E-Mail-Benachrichtigung an den Empfänger. JTL WMS stellt mit einem optimierten Prozess und schlanken Dialogen sicher, dass mit wenigen Schritten die korrekte Ware den Empfänger erreicht. JTL WMS ist beliebig skalierbar. Es lassen sich ohne weiteres neue Lagerplätze, Kommissionierbereiche, Packplätze oder Kommissionierwagen in den Prozess integrieren.